So und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich denke irgendwie gerade, im Moment besteht mein Kanal nur noch aus Spiele für ConCrafter. Ist halt wirklich so, ich bin jetzt wieder mit dem neuen Spiel am Start, nachdem ich das alte Erfolgreich abgeschlossen habe. Ich habe ja gestern im Video gesagt, gestern um 12 Uhr kam ja das Video, da habe ich gesagt, dass heute ein Zeitraffer kommen wird. Ich habe auch schon was perfekt gemacht, ich habe es auch schon hochgeladen, aber ja, dann kam halt dieses Spiel mir heute am Mittwoch, am 3.2. in den Weg. Und jetzt spiele ich halt das erstmal, mal sehen wie viele Wochenenden ich damit verbringen werde. Das Spiel resetten mag kurz, also hier gibt es Charakterauswahl. Also es ist auf jeden Fall witzig. Da sind nämlich immer so Sounds drin von ihm. Name, WochenendeTV, okay. Da sind immer so lustige Sprüche von ihm drin. Wir kriegen jetzt einfach mal Start, wir können die Leertaste oder die Maus verwenden, ich benutze die Maus. Was natürlich ein Fehler ist, weil es viel lauter ist. Alles klar. Und wir müssen halt hier, ich habe kein Flappy Bird. Deswegen weiß ich jetzt nicht, also es nennt sich Flappy Luca, das Spiel. Und es ist von, ich sehe es gerade nicht, aber. Und man darf da halt oben nicht anschlagen. Maus oder Leertaste. Und es ist halt schon, man darf halt auch nicht auf dem Boden aufschlagen. Und man kann sich da neue Charaktere kaufen. Und das Spiel ist im Vergleich zu Rise of Ukuleli nicht wirklich beansprachend. Also bei Rise of Ukuleli hat der Rechner schon geruckelt. Also war der Lüfter richtig aktiv. Und da hatte ich dann auch Schiss, dass der PC dann abstürzt. Und meine Aufnahme dann futsch ist. Aber bei diesem Spiel, das geht eigentlich ganz so gut. Oh, scheiße, mein Rekord. Nice. Mist. Aber gut. Das war jetzt mein Rekord. Ich weiß gar nicht, was es war, aber ihr seht es ja. Man darf halt nicht hier oben anschlagen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir uns schon was Neues kaufen können. Wahrscheinlich nicht. Also Score, Wochenende TV. Ah, da kann man sich mal nennen, wie man... Okay, gut. Ach, das ist Highscore. Okay, gut, ja. So, Charaktere. Also Made by MrPatrick052. Ist auf jeden Fall ein nice Spiel. Und ja, ich weiß nicht, dass wir einfach noch ein bisschen spielen. Wir haben erst 20, das heißt, wir spielen weiter. Ich wüsste gerne, wie das Lied heißt, weil das benutzt der ja immer, aber ich weiß es gar nicht. Also, not for nothing ist es nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe jetzt kein Copyright Lied, aber so kurz, wie ich das hier spiele, sollte das dann eigentlich... Weil ich schaffe das nie über 25 Sekunden. Also, das ist richtig krass. Ich bedanke mich nochmal. Ich habe vom Rise of Fokaleli, allein vom Rise of Fokaleli 2000 Klicks bekommen. Das ist richtig krass. Dafür bedanke ich mich auch nochmal. Also, es ist echt richtig krass. Einfach, ich habe beides nicht, glaube ich, wie viel. Aber wenn ich habe, ich glaube, ich habe 8 oder so. Ist auf jeden Fall richtig krass, dass ich einfach mit einem Spiel so 2000 Klicks bekommen habe. Für auch viele Dislikes, weil ich ein bisschen Werbung gemacht habe. Und das ist auch, dass es dieses Video auf meinem Kanal gibt. Aber haben auch viele geliked. Also, es war ja nicht nur wegen der Werbung gedisliked. Weil ich habe es eigentlich ganz gut let's played. Und ich habe auch viele Rückmeldungen bekommen. Viele positive Rückmeldungen in den Kommentaren. Und sehr wenige Rückmeldungen, schlechte Rückmeldungen. Also, eigentlich gar nicht. Außer, dass ich den Tonleiter hätte stellen müssen. Aber das habe ich ja dann beim zweiten Mal beachtet. Und da ging es dann auch. Und ja, genau deswegen... Ja, also... Ich glaube, die Dislikes sind nur wegen Werbung. Weil ich habe schon Werbung gemacht. So was machen und zwei Teile. Dann habe ich runtergeschrieben. Komplettes Let's Play auf meinem Channel. Und dann sind die halt draufgegangen. Weil halt einfach... Das hört man viel. Wenn halt jemand Werbung öffentlich macht. Dann wird der halt gehatet. Also, dann werden die ganzen... Dann werden die ganzen Videos gedisliked. Aber es bringt eigentlich nichts, die ganzen Videos zu disliken. Weil Rexit zum Beispiel... Der taucht ganz oft in den Kommentaren auf. Oder Anzenboy oder wie auch immer der heißt. Und die beiden machen ja auch Werbung. Kriegen dafür Abos. Und ganz viel Dislikes. Rexit hat sogar die... Die Ding... Die Funktion, dass man die Bewertung sehen kann. Rausgenommen. Weil er wahrscheinlich mehr Dislikes hat als Likes. Weil er halt immer dritter Kommentar von oben ist bei eigentlich jedem Video von Ape Crime, Luca oder sonstige. Also, aber es ist Video... Also, was bringt es euch, wenn ihr das disliket? Ich meine, das bringt euch rein gar nichts. Ja, ich bin raus. Ich bin raus. Weil das Video... Die Bewertungen sind ja dazu da, um zu sagen, wie man jemanden findet. Also, ob das Video gut ist oder nicht. Ja, ich bin raus. Ja, also... Man sollte eigentlich nicht... Ihr habt das auch schon mal gemacht, aber ich hab die dann auch wieder rausgenommen. Das war bei Kollegen von mir. Ja, mit denen hatte ich dann gerade Streit und... Ich weiß halt, wie die auf YouTube heißen. Und... Habe ich dann die ganzen Videos auch gedisliked. Und dann hat... Und dann habe ich die aber rausgenommen. Und dann haben die mir nachgesagt, weil dann immer noch Dislikes drauf waren. Dass ich das war und dann haben sie mich immer noch... Fanden immer noch schlecht, dass ich... Also, fanden mich immer noch nicht gut und wollten nicht mit mir komponieren. Ne, wollten sie eigentlich gar nicht, aber... Die haben mich dann halt auch schon ziemlich runtergemacht und... Dann habe ich denen halt mal ein paar Fotos geschickt, dass ich wirklich keine Dislikes drauf habe. Dann haben mir das geglaubt und ich habe auch jemanden... Ich habe auch geschrieben, wer das Theoretisch sein hätte können. Und von daher... Haben wir uns jetzt wieder vertragen. Ähm... Und ja... Ja, ja... Also, es ist witzig. Es ist echt ein nice Spiel. Macht auch Fun. Also, ich könnte es jetzt eigentlich drei Stunden lang durchzocken. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel jetzt hier gehen wird, aber... Grüße an Corinna Hüther... Hüthner. Ähm... Wen grüßen sie noch? Ja, ich bin raus. Wer ist noch so aktiv? Alles klar. Also, sie auf jeden Fall. Ja, ich bin raus. Die guckt sich auf jeden Fall immer alles an. Ähm, wie gestern. Gestern kam ja das 40 Minuten Let's Play von Rise of Ukulele. Das war auch der letzte Teil, weil weiter komme ich wirklich nicht mehr. Ja. Und... Ja. Genau. Ich bin raus. Ja. Das war's dann. Also, genau. Und, ähm... Ich hab einfach... Wo war ich jetzt? Ja, ich bin raus. Ich bin raus. Wo war ich jetzt? Ah ja. Ähm... Ich bin raus. Das weiß ich nicht mehr, wo ich... Genau. Gestern kam ja das 40-Minute-Video von Rise of Ukulele. Das war's. Der letzte Part. Danach wird nix mehr kommen. Ich hab mich jetzt eigentlich schon mit diesem Spiel extrem lang beschäftigt. Ähm, deswegen... Oh, mein Lüfter geht mal wieder ein bisschen an. Ja, ich bin raus. Also, man hört immer wieder. Ja. Genau. Also, gestern kam ja 40-Minütiges Ding. Und danach kam ja um 15 Uhr nochmal... Also, um 12 Uhr kam das Rise of Ukulele. Und gestern um 15 Uhr kam ja nochmal das... Ähm, das... Meine-Test Let's Play. Äh, Spiele-Test, wie man fliegt. Weil da gab es wirklich einfach noch kein... Kein Video zu, wie man... Alles klar. Wie man das spielt. Also, gab einfach noch kein... Alles klar. Video, wie man fliegt. Da stand immer nur... Ja. In den Videos, wo die erklärt haben, wie man fliegt, da stand dafür nur benutze die Leertaste. Aber dass man davor dann Command eingeben muss, wussten die wahrscheinlich alle nicht. Alles klar. Und dann stand da immer drücke K und dann die Leertaste. Ich bin raus. Aber die meisten wussten es nicht. Und deswegen hab ich dazu einfach mal ein Video gemacht. Ich bin raus. Ich bin raus. Und ich hoffe, das kommt gut an. Ich picke mir im Moment die Sachen raus, wo ich denke, da könnte ich viele Abonnenten dazu verdienen. Oder Klicks. Ich weiß nicht, wie war mir eigentlich ziemlich klar. Weil war mir so klar, der Farb macht so krass Werbung, dass das Con Crafter das definitiv sehen wird. Also, er hat's ja gesehen und hat's auch gespielt. Und genau. Und dann konnte ich halt direkt ausnutzen. Und hab dann auch 8 Abonnenten bekommen dadurch. Ich will eigentlich auch Zeitraffer auf diesem Kanal machen. Ich werde dann eigentlich immer mehrere Zeitraffer zu einem Video hinzufügen. zu zu sehen in deinem Video rein schneiden. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich will jetzt kein Geld verdienen. Ich meine, ich hab mein Netzwerk, wo ich drin bin. Also, das ich gut finde. Ich sag jetzt nicht, welches das ist. Das geht erst an 50 Abonnenten, deswegen. Ich schalte im Moment schon Werbung. Aber das ist nur von YouTube. Selber, das könnte ich eigentlich auch mal ausschalten, aber ich hab ja bald eh die 50. Also, von daher geht das. So, ich will jetzt einfach noch mal sagen, wir holen uns jetzt noch mal ein paar. Ich bin raus. Genau, und jetzt holen wir uns mal Gemüse. Nee, nicht Gemüse. Okulili. Con Crafter? Nee, oder? Ich würde es systematisch abarbeiten. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich es lieber systematisch abarbeiten soll, oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber Ukulele erscheint mir. He, he, nice. So, also, mal sehen. Das ist auf jeden Fall nicer. Da muss man halt wieder ein bisschen trainieren, aber das geht schon. Ich würde sagen, ich mache halt 15 Minuten, weil das mit dem Hochladen, ich muss dann halt, ich rendere das halt noch, aber dann hat es immer noch so eine, ich habe halt total die schlechten, also, na, Familie hat halt total die schlechte Leitung. Die wird aber bald besser. Und, ja. Und dann geht es auch wieder besser. Alles klar. Und dann kann man das auch viel besser dann, ja, besser hochladen, weil da muss ich nicht mehr so extrem rendern, weil im Moment rendere ich extrem weit runter und dann ist es schon noch okay von der Qualität her. Ich würde mir sowas auch noch angucken, aber es ist halt jetzt nicht mehr so gut, wie es ursprünglich mal war. Und dass wir dieses Video im 4 zu 3 nicht mal, wahrscheinlich sogar mehr, im 16 zu 3 oder so, im Modus, ihr seht, dass ihr rechts schwarze Balken habt, liegt einfach daran, dass dieses Spiel halt einfach so aufgebaut ist. Kann ich, glaube ich, nicht daran ändern. Und, ja. Und, ja. Irgendwas, worüber ich reden wollte. Ach, ja, genau. Ähm. Ich hab grad irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich hab. Alles klar. Keine Ahnung, was ich hab. Auf jeden Fall muss ich die ganze Zeit husten. Und im Sportunterricht ist halt auch nicht so geil, weil er dann die ganze Zeit husten muss eigentlich gar keinen Sport machen. Sport machen kannst, weil du die ganze Zeit husten musst. Ja. 1,60. Dann lass uns doch Contrafter mal holen. Ja. Alles klar. Das ist definitiv Ja. Nice. Ja. Ich bin raus. Alles klar. Das ist das geil. Also, Ja. Ich bin raus. Aber Rise of Bukalil hat nicht, ich weiß nicht, wie viel, ich hab ja selber noch nie ein Spielraum, aber ich dachte mir jetzt schon, so, ich kann ein Spielprogrammieren, aber ich hab das, Ich bin raus. Ich dachte, ich schreib diese Idee lieber, der Fahrer kann das besser. Ich bin raus. Ähm, und dann, ja, ich dachte, ich schreib diese Idee lieber, der Fahrer, und dann soll er die umsetzen, aber ich hab den noch nicht eingeschrieben. Ich weiß auch noch nicht, ob er das lieber, was rede ich hier, ob er das programmieren will, oder ob er sich lieber auf sein eigenes Spiel konzentrieren will. Sonst muss ich noch jemand finden, der das macht. Ich schreib den mal an. Und, genau, also es war auf jeden Fall eine definitiv fleißige Idee, wenn es halt keiner machen will. dann programmier's halt selber, aber ich kann mit GameMaker Studio. Ich bin einigermaßen gut. Also, was du programmier, ich hab's noch nie programmiert, was lebe ich hier immer für Schatz. Zumindest später noch alles rausschneiden, werd ich aber eh nicht machen. schnallt eigentlich nur Sachen raus, wenn man irgendwas sieht. Also außer das Spiel, oder irgendwas hört, wenn ich irgendwas Privates ausplaudere. Sonst schnall ich eigentlich nie. Also, ich hab jetzt noch nie was Privates gesagt, was ich dann rausschneiden musste. Ja, ich bin raus. Aber, ähm, also so Sachen wie Programmstütz ab, hatte ich schon. Schon öfter sogar. Wo ich dann einfach rausschneiden musste, weil man sonst sieht, ob ich Windows oder Apple hab. Oder Apple oder Windows, wie auch immer. Ich bin raus. Also wenn du jetzt, wenn du sagst, der hat Windows zuerst gesagt, deswegen ist, der hat ja wahrscheinlich Windows. Oder, genau so andersrum. Dass man dann immer, andersrum, also das finde ich total bescheuert, dass die Reihenfolge Sinn macht. Ich meine, wie sollst du es sonst sagen? Ich meine, wie sollst du es sonst sagen, wenn du, weil, dann hast du ja automatisch, dann denkt der andere automatisch, du hast eine, du hast eine Entscheidung getroffen und das finde ich dann schon ein bisschen dumm. Also wenn man nicht mal sagen kann, das oder das, weil du dann, weil der dann sagt, automatisch, du hast das. Was fand ich denn am leichtesten von dem Bereich? Ich finde, Konflikt eigentlich am geilsten. 150. Ja, alles klar. Ja, ich bin raus. Ich bin raus. Nee, ich hab's einfach rausgeschneidt, wenn so ein Programm abstimmt, weil es ja einfach nicht sein muss. Ich bin raus. Ich hab zum Beispiel, wie beim, ich glaube, es war beim zweiten Let's Play. Da hab ich richtig viel raus, also ziemlich viel raussteigen müssen. Wegen dem, wegen dem, äh, kaufen von Rise of Ukulele dieses Update da. Dieser, dieser Shop, genau. Ich bin raus. Da gibt's ja so einen Shop und bei diesem Shop kann man sich dann mehr Leben kaufen oder so und dann hab ich einfach nicht gecheckt, dass ich mit Escape wieder zurückkomme und dann muss ich halt das Spiel rausharten und ja. 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 ich bin raus. Ich bin raus. Was war denn jetzt das, was war denn jetzt der Score? 6? Okay, 6 ist mein Score. Das ist gut, ja. So, wie hab ich denn jetzt? 63? Ja. Alles klar. Wenn man jetzt klickt nicht so, weil ich find's immer dumm, wenn man das Klicken von der Maus hört. Ich bin raus. Ich bin raus. Alles klar. Es nervt definitiv. Es nervt bisschen. Wo war ich denn nachher? Genau, bei dem Shop und dann muss ich immer spielen. Das hab ich ja schon. Genau, ich weiß jetzt nicht, was nächste Woche kommen wird, weil irgendwie gefühlt jede Woche mit einem neuen Spiel rauskommt. Also es gibt ja schon zwei neue Spiele für ConCrafter, aber die sind eher so langweilig. Das sind, also eins ist ein Jump'n'Run-Spiel, wo du einfach keine Herausforderung bist und das spiele ich nicht. Da musst du einfach nur laufen und dann kurz mal ein bisschen springen und das spiele ich nicht, weil es einfach zu langweilig und einsam ist. Ähm, genau. Haben wir gerade einen neuen Heizkopf gemacht? Ja. Nö, immer noch bei sechs. Mehr als sechs schaffe ich irgendwie nicht. Obwohl, der benutzt dieses Video auch in seinem Video. Daher ist eigentlich Copyright-frei sein. Ich habe letztens so jemand, es war sogar heute, jemand gesehen, der hat einfach, also, der hat tausend Abonnenten, benutzt einfach, also hat Lean-On benutzt, halt nur maximal 25 Sekunden, glaube ich, ist es, ab dann, ähm, erkennt es YouTube und ich finde es einfach total fies, dass ihr einfach 24 Sekunden Lean-On macht, danach kommt 24 Sekunden ein anderes Lied. Das finde ich einfach, das finde ich einfach blöd. Weil, das ist, das ist so eine Umgehung von, und ich wollte es dann melden, weil, ich finde, es geht einfach nicht. Ich meine, das ist halt, ich meine, YouTube kann nicht alle Videos mit zwei Sekunden dann, wo was drin ist, erkennen und dann, das wäre zu viel zu bearbeitet, das ist mir selber klar. Aber, ja, ich weiß, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das findet mit maximal, also 25 ist maximal und dann 24 Sekunden ein Lied verwenden und dann das neue verwenden. Finde ich halt schon ein bisschen so bisschen blöd, weil es dann halt einfach eine Umgehung ist. Und, ja, dann soll sie lieber, denn her habe ich sie schon gesagt, aber es gibt tausende Channels, die sie sind. Na, Mist! Also, ich werde immer guter. Ich würde sagen, das würde ich sagen, ich bin guter dazu. Das würde ich, das sagt Conquerrafter dazu. Ich bin raus. Alles klar. Ich bin raus. Ich habe jetzt auch nichts mehr viel zu labern, deswegen, das sind schon 20 Minuten, ich würde gleich sagen, ich bin raus. Wir kaufen uns vielleicht noch was Neues. Wir werden uns wahrscheinlich, 107. Sollen wir das jetzt durchspielen? Ja, ich meine, das Spieletest, lass. Ich spiele es jetzt auch durch, damit ich 150 kriege. Und dann, 5 war das schon krass. Ich mal sehen, wie lange ich jetzt durchspiele. Vielleicht auch, es ist übrigens 19 Uhr, am 13.02.2016. Falls es irgendjemand nicht passiert. Ich bin raus. Alles klar. Oh, jo. Ich weiß nicht, ob dieses Video mal wieder so extrem viele Klicks bekommen wird. Aber, also die letzten drei Videos von Weißerfukulele, es gibt ja immer, äh, haben richtig viele. Also es gibt 2000 Klicks oder so, wo ich dann mir schon sage, und dann haben es auch manche nachgemacht. Und, also, nee, nein, nicht nachgemacht. Also, sie haben es auch gespielt. Und ich dachte dann halt so, ja, ihr habt gesehen, dass ich so viel Klicks bekommen habe. Und dann habe ich das halt über drunter geschrieben, dass ich, dass es nur spielen, weil sie, weil sie so viel Klicks wollen. Also, weil sie auch so viel Klicks wollen. Aber ich war halt erster dran und deswegen, der erste kriegt immer am meisten Klicks. und, ja, nee, also, Contra hat die meisten Klicks, ist ja klar. Alles klar. Ja. Ich bin raus. Ich bin raus. Alles klar. Ja, genau, und habe dann halt hingeschrieben, dass es, dass sie nur Klicks wollen und dann haben, hat einmal, hat jemand zurückgeschrieben, dass sie, warum sie das Spiel denn nicht spielen dürfte, weil sie, weil es wirklich Spaß macht. Und, das hat man auch im Video gemerkt und dann habe ich gemerkt, alles klar. Also, es gibt halt so Leute, die es dann halt so extrem schlecht let's playen mit, irgendwie so einem Mikro. Ja, gut, da muss ich jetzt nichts sagen. Joa, nee, mein Mikro ist jetzt auch nicht so das Beste. Ich bin raus. Alles klar. Und, ja, genau, aber es ist auf jeden Fall extrem schlecht, denn da alles ist, ich bin raus, ich bin raus. 144 P oder so hoch und ich meine, wer guckt sich so was an? Ich bin raus. Ich meine, das ist ja, 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 also es wird immer besser. Ich bin raus, ich bin raus. Irgendwann schaffe ich, knacke ich die sieben. Vielleicht waren ja auch nur 30 Minuten. Ja, ja, ich bin raus. Na, ich bin raus. Wie haben wir denn jetzt? Ja. 145, oh nice, das schaffen wir noch. Gemüse. Ja. Wann hat mir das Gemüse gesagt? Könnt ihr mir das mal am Ding schreiben? Ja, ich bin raus. Gerne, also, wer isst keine, gerne Pizza? Ja, Was ist das schon wieder für einen Satz, man? Ich bin raus, ich bin raus. Alles klar. Und ich konzentriere mich einfach nicht. Ja. Ich bin raus, ich bin raus. So, jetzt gucken wir mal. Locker sollten wir jetzt 155, läuft doch. So. Alles klar. Mit den Flügeln ist eigentlich recht nice. Aber ich finde den, finde den nicht so geil. Ich bin raus, ich bin raus. Ich finde den gar nicht so geil, weil der irgendwie immer oben anstößt und größer hat der alle, was halt ich irre, mich da eh nur. Aber wer war ein bisschen geilsten ConCraft, aber eigentlich, weil Louis vielleicht noch besser, wie viel, weil, wie viel kriegen wir da? 200. Müssen wir nochmal ordentlich zocken. Ja, Ich bin raus. ich glaube auch, dass ConCraft er sich mein Video, also Rhyter Fukuleli angeguckt hat, hat, weil, würde er sich einfach sowas downloaden? Ich meine, die können ja auch Viren drauf sein oder so. Ich bin raus. Ich bin raus. Alles klar. Und dann wäre er sein ganzer Computer und dann wäre er vielleicht, würde vielleicht sein YouTube-Account gehackt werden oder so. Den hättest du schon mal gleich wieder, aber trotzdem. Und da sind ja auch vielleicht seine ganzen Gesangtaten und der verdient sich auch Geld mit YouTube und so. Daher, ich bin raus. Ich denke ich jetzt nicht, dass, er muss sich irgendwas vorher angeschaut haben. Und da ich der erste war, hat er sich mein Video angeschaut. Und wenn Con Crafter dieses Spiel hier spielen wird, dann wird er sich weiterhört, weil er nicht noch wieder dieses Video angucken. Daher, ich finde Con Crafter eigentlich auch, also ich finde ihn cool. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine oder andere Mädchen den auch ganz süß findet. Ne, ist halt so. Also ne, ist ja so, aber also es ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, der ist hässlich. Also, findet ihr den auch hübsch? Ne, ganz ehrlich, diesen Hashtag No No Homo oder so oder wie auch immer dieser Hashtag lautet, das ist so richtig schlimm. Weil ich einfach finde, warum musst du das dazu sagen? Ja, ich bin raus, ich bin raus, alles klar. Ne, nicht die Gerüchte entstehen, dass ich, obwohl das wäre eigentlich gar nicht so schlimm. Also, ich finde eigentlich, wenn jetzt die Gerüchte entstehen, dass ich, ich bin raus, ich bin raus, alles klar. nicht hetero bin, nicht hetero. Ich weiß halt immer noch nicht, was das bedeutet. Fände ich jetzt eigentlich nicht so schlimm, weil ich finde es eigentlich ganz okay. Finde es nicht schlimm, wenn ich das, wenn ich jetzt jemand hätte, der das wäre. Ich bin raus, alles klar. Daher. Das wäre eigentlich auch relativ egal. Bloß es gibt halt, ich hatte auch schon mal nachgedacht, ähm, weil wegen, wenn es an der Schule unterrichtet wird, sollte das gemacht werden oder eher nicht, weil ich meine, schreibt man die Meinung dazu in die Kommentare, sollte man an der Schule, im, ich hänge immer bei 6, ich bleibe immer bei 6 hängen. Sollte man das an der Schule unterrichten oder nicht? Ich hoffe, man hat mich einigermaßen verstanden. Ich bin raus, ich bin raus, alles klar. Also ich bin nicht homosexuell, aber ich glaube, das ist auch schon so leicht, ich bin raus, ich bin raus, negativ, wenn ich das sage, weil, das heißt ja dann, dass ich diese nicht akzeptiere. Schreibt dazu mal wirklich die Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet. ich hoffe, wie ihr es meint, also zu sagen, dass man, dass nicht ist, eine Art von nichts akzeptieren. Also es ist natürlich so, wenn jemand fragt, dann sage ich nein, aber, ähm, dann würde ich nein sagen, aber das ist auch so ein bisschen so, dass man es nicht akzeptiert und ich, also ich akzeptiere es vollkommen. Es stört mich auch nicht. Ich bin raus, ich bin raus, alles klar. Ich meine, wenn dann die Hälfte der Klasse keine Mutter hat oder keinen Vater, sondern zwei Väter oder zwei Mütter, ich bin raus, ich bin raus, alles klar, Mütter, dann fände ich das nicht so schlimm, weil es dann ja die Hälfte der Klasse ist, wenn es denn mal erlaubt werden würde. Also schreibt mal wirklich die Meinung dazu in die Kommentare. Ich hoffe, ich hoffe, dass ihr habt derselbe Meinung wie ich, ist nicht schlimm. Wir leben ja hier in einem meinungsfreiheitlichen Staat, aber viele von der AfD werden meine Videos jetzt disliken. Ach ne, die können ja gar nicht. Die müssen ja auf die Demos gehen. Ich bin raus, ich bin raus. Sie sind ja gar nicht online. Ne, Scherz. Ne, es war Pikita, ich bin raus, Dummkopf. So, wie viel haben wir denn mittlerweile? 80 erst. Oh, schlecht. Weil ich finde, der ist relativ der Kleinste. Also er hier. Er hier ist relativ der Kleinste von allen. Daher spiele ich mit dem. Also ne, die Mädchen können jetzt auch in die Kommentare schreiben, wie er diese Dinge findet. Ich dummkopf. Es gibt ja auch Lesben. Weil er das als ob ich gerade nur das auf Schwul bezogen hätte. Ja, ich bin raus, ich bin raus. Alles klar. Jetzt habe ich nichts mehr zu reden. Ich habe jetzt nicht zu krass irgendwas gesagt, was ihr total... Was ist eigentlich das da? Ach, das ist meine Maus. Ich dachte gerade, der hat da, der hat auf den T-Shirt immer was. Weil ich das immer so gehalten habe. Aber das ist ja meine Maus. Ich dummkopf. Ja, ich werde nächste Woche davon nochmal letztes Jahr kommen, weil ich... Aber es... Irgendwann wird dieses Spiel ja noch langweilig, weil es halt immer das gleiche ist. Ich bin raus. Ich bin raus. Alles klar. Äh, apropos mal kurz. Ich bin raus. Ja. Ich bin raus. Ja. Gucken wir mal. Ja. Ja. Okay, 56 ist perfekt. Highscore. Charakterauswahl. Wir haben 102. Wir spielen noch bis 120. Ja. Ja. Alles klar. Ja, ich bin raus. Ich habe jetzt halt einfach schon das Video fertig für Samstag und Sonntag. Ja. Ähm. Ich bin raus. Und ich könnte es einfach so veröffentlichen am Samstag und Sonntag. Ich bin raus. Ich bin raus. Alles klar. Aber. Ja. Ach ja, ich bin übrigens im Netzwerk und ich schalte noch Werbung, aber ich kriege kein Geld dafür. Ich bin raus. Alles klar. Also YouTube schalte keine Werbung mehr. Ja. Wobei ich jetzt da bin nicht ganz sicher bin, weil ich ja kein Geld dafür bekomme. Also, ich muss es ja bestätigen auf der auf der Dashboard, aber ich kriege da keine also Bestätigungsverachrichtung, dass ich das bestätigen soll. Also, dass ich das bestätige. Deswegen wundere ich mich da ein bisschen. Und ja, ich kriege wahrscheinlich auch kein Geld, aber ich kann halt der einzige Vorteil, was das ist, dass ich halt die Videos geplant holen kann. Das heißt, ich muss um 12 Uhr am Samstag nicht online sein, sondern YouTube veröffentlicht das automatisch. und dann halt schon so ganz praktisch. Und wir haben 120 perfekt auf den Punkt getroffen. Damit war es mit diesem Video. Danke fürs Zusehen und Tschüss! Gemüse!